So, Kirby Superstar! Fangen wir gleich mal an. Natürlich mit Spring Breeze. Nein, das ist nicht das erste Mal. Und ihr sollt mir auch nicht die Copy-Technik erklären. Aber ihr werdet es trotzdem machen. Weiß der Geier was rum. Obwohl ich Nein gesagt habe. Egal. Press A to swallow enemies. And copy their style. Oder was stand da? Egal. Okay. Green Greens. Der Klassiker. Mit der sehr guten Musik. Wird man sofort fröhlich. Und komm her, Partner. Aua. Au. Au. Die Spiel ist irgendwie zu einfach. Die Game Boy Version gefällt mir eigentlich besser. Aber das ist hier in Farbe. Da muss man ein paar Opfer bringen. Und ich hätte diesen Gegner nicht ein... nicht schlucken sollen. Nicht schlucken sollen. Runterschlucken sollen. Oh yeah. Und verwandel dich. Komm. Poppy Brass Junior. So, dich nehme ich auch. Hier gibt es was zu essen für mich. Und hey. Hört auf zu teilen. Hört auf zu teilen. Ich habe euch das nicht beigebracht. Krippier, du fettes... Was weiß ich, was du bist. Okay. Schon wieder. Was ist das für ein Viech? Egal. Yeah. Komm, 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 komm. Und auf zum ersten Boss. Wie heißt der Baum nochmal? Ähm, Wispy Wood? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kriegt er jetzt erstmal... ...die geballte Power meiner Bomben. Und damit ist die Sache für Kirby erledigt. Victory Dance. Yeah. Wow. Der beste Breakdancer, den ich kenne. Float Islands. Ist sie nicht? Angelhaken. Kommt davon, wenn man so gierig ist. So, Knuckle Joe. Komm mir nicht zu nah. Fliegs rüber. King Kalamasi. Nein, wer ist das? Squishy oder sowas. Squishy? Squishy heißen die. Ey. Was habe ich über Style gesagt? So. Vorsichtig. Und rein in die Tür. Und... Super Lollipore Power! Ey, ist rein da. Selbst die kleinen Miniboss haben gegen diese Power keine Chance. Auf zur nächsten Insel. Was kommt jetzt? Wow. 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 Von mir entfernt. Und hier kommt auch schon Lollolo und lalala. Heißt doch so, oder? Ah, dich habe ich noch erwischt. Nein, Partner, stirb nicht. Stirb nicht. Macht aber noch ein fröhliches Gesicht dabei. So, schnell den Stern nehmen, damit er nicht kaputt geht. Victory Dance Nummer 2. Na, 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 na. Bubbly Clouds. Wow. Arck. So. Aha. Auch hier ist die Bombenpower sehr gut. Einfach weitergehen. So. Haha. Gegner haben keine Chance, irgendwie. Ist trausig, aber wahr. Essen. Oh. Wie kann man bei diesem Spiel sterben? Ah. Er konnte nicht fliegen, weil ich halt noch die Bombe in der Hand hatte. Und so ist er einfach in den Tod gestürzt. Oh, das war sehr gut. Haha. Ja, er hat viele neue Futures drauf. Features. Ah, sehr gut. Die Schild hat er auch erst sehr spät erlernt. Okay, diesmal mache ich es anders. Haha. Zack. Und er hat noch eine Schutzattacke. Okay. Zack, zack. So, komm schon. Gib mir einen Gegner. Mann. Das war Cracko Junior. Cracko. So, was ist hier? Ah. Mr. Mike. Mike the Microphone. Haha. So, was mache ich denn jetzt hier am besten? Einfach nach oben fliegen. Und zu Cracko. In sein Schlafzimmer. Mal schauen, wie viel diese Attacke abzieht. Wow. Wow. Ja, Cracko. Da hast du leider keine Chance gehabt. Die Mike Power war einfach zu stark. Und schon kommt das letzte Level. Mount DDD. Wo auch schon King DDD auf mich wartet. Der titanische Pinguin. Der nie genug Macht haben kann. Aber später wird er gut, oder? War das nicht so? So, dich nehme ich mit. Obwohl. Na, was mache ich? Ach, komm. ist das Schissbomben. Und das war's für dich. King DDD, der Champion. Versus Challenger Kirby. Ja, das war's auch schon mit Spring Breeze. Let's have victory dance. Yeah. Star Power erhalten. Und den Abspann schenke ich mir. Also, bis zum nächsten Mal. Der ist schon mal immer drin. Tschüss. Es war's. Es trifle. Wir sehen uns. kargat. Untertitelung des ZDF, 2020